Das hier ist das Kanji für Schwarz, für die Farbe Schwarz, von den Lesungen her, Kun-Lesung ist Kuro, kann auch mit Okulegana entsprechend hinterher auftreten, wenn es das was am üblichsten ist, ein I ist, Kuroi, ist das schlicht und ergreifend das Adjektiv eben für die Farbe Schwarz, Kuroi. Es gibt auch noch einige Varianten als Verben, wo ich nicht weiß, wie gebräuchlich die sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Kuro-Melu, also wenn dann dahinter als Okulegana, als Helagana noch ein Melu steht, Kuro-Melu, das heißt dann wohl Dunkelfärben oder Schwarzfärben. Habe ich allerdings so noch nicht gehört, wir haben es im Studium hauptsächlich als Kuroi, als Adjektiv Schwarz benutzt. Ja, On-Lesung ist Koku. Koku. Ist auch die einzige, da gibt's keine seltene oder weitere On-Lesung, insofern hier relativ einfach zu merken. Und von der Strichreihenfolge ist es wie folgt. Zunächst macht man das Feld. Eins, zwei, drei, vier. Dieses streicht man dann jetzt allerdings durch mit dem fünften Strich. Fünf, dann sechs, dann ein etwas längerer siebenter Strich drunter und dann vier Kleckse, die drunter kommen. Einer, der so ein bisschen nach links zeigt, eins, und die anderen zeigen relativ gerade oder so ein bisschen nach rechts. Insgesamt elf Striche. Noch mal zum mitzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Einmal noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, als Beispiel Kompositor habe ich mir jetzt nicht so brisante Sachen gefunden. Ich gebe mal in Anlehnung an die anderen Farben Kanji, die ich schon hochgeladen habe. Ich habe folgende Beispiele. Das hier ist dann also schwarz zusammen mit dem Zeichen für Mensch. Wird dann gelesen Kokujin und heißt dann eben schlicht und ergreifend schwarzer oder dunkelhäutiger Mensch oder sowas in der Richtung. Ja, und wir hatten dann auch in einem Beispiel bei Rot die roten Zahlen gehabt. Dasselbe gibt es natürlich auch entsprechend für das Kanji mit schwarz. Und zwar dann die schwarzen Zahlen mit einem Kanji, was wir wie gesagt noch nicht hatten, aber auch bald kommen wird. Diesen Zeichen hier, was gelesen wird. G in dem Fall. Mit dem Unterschied, dass es dann hier nicht eine Kun-On-Verbindung ist, wie bei Rot, sondern hier ist es dann wirklich On-On-Kokujin. Das sind dann also die schwarzen Zahlen. Ups, schwarze Zahlen. Gewinn. Ja, schöne Verbindung, wo es jetzt, also es gibt auch Composita, Kanji Composita, wo es Kuro gelesen wird. Allerdings habe ich da keine schönen Beispiele gefunden. Deswegen belasse ich es dabei. Das hier ist das Kanji für schwarz.